Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 240. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, es waren zwei ereignisreiche Wochen, die ich kurz zusammenfassen möchte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Ganze ging los am Freitag der vergangenen Woche am 9. August. Da war nämlich das 10. Kieler Barcamp. Ich hatte ja schon darüber gesprochen, dass ich da auch richtig Bock drauf habe, endlich mal wieder hinzukommen. Und das war auch gerechtfertigt, denn es war eine sehr coole Veranstaltung, an der ich sehr viel Freude hatte. Und da war, ach Gott, ja, es waren einfach eine ganze Menge netter Leute da aus dieser ganzen Kieler Internetszene, die ich halt noch so von früher kannte, mit ganz vielen von denen, also, oder anders. Es war natürlich aber auch die überwiegende Mehrzahl der Leute, kannte ich halt nicht. Aber ich habe eben meine Kieler Twitteria zu großen Teilen wieder getroffen, mit denen ich halt auch schon seit 10 Jahren irgendwie Kontakt habe. Das ist also ganz, ganz toll gewesen, mich mal wieder mit einigen Leuten unterhalten zu können. Die Hinfahrt war schon super. Rüdiger hatte mich mitgenommen, der in Milstedt wohnt und gesagt hat, komm, ich fahre einen Schlenker und pack dich mit ein. Zumindest an dem einen Tag, am Samstag, genau, am Sonntag, am Freitag bin ich noch mit ÖPNV angereist. Das ging auch, hat aber echt lange gedauert, mein lieber Schoddy. Also da war dann ja irgendwie Einlass um 8.30 Uhr. Also habe ich gesagt, gucke ich mal, dass ich einigermaßen pünktlich da bin. Ja, schönen Tag fürs Gespräch. Bin ich um 6.30 Uhr losgefahren. Anderthalb Stunden bis Kiel. Dann habe ich mich da so ein bisschen mit den Bushaltestellen vertan. Das ist ja auch so ein Ding. Die Bushaltestellen, also ÖPNV in Deutschland ist immer gemacht vom Fachmann für den Kenner. Die Leute gehen immer davon aus, dass du dich in der Stadt auskennst, in der du den ÖPNV benutzen willst. Das heißt, da steht dann irgendwo, ja, nimmst du, also ich hatte jetzt in diesem Fall eine App, die gesagt hat, ja, fährst du in die Richtung, steht aber dann nirgends zu finden, an welchem Bussteig, wenn man mal so nennen will, dann der entsprechende Bus losfährt. Dann hatte ich endlich mal die Linie gefunden und dann sagt der Fahrer nach einer halben Stunde, 40 Minuten Wartezeit, ja, sorry, ich fahre in die falsche Richtung. Du musst bitte auf der anderen Seite einsteigen. Und ich sage, ja, und wo? Sagt er, stehst dran. Naja, und dann habe ich, also das habe ich also gefunden. Der Bus war natürlich dann inzwischen weg. Und dann war ich irgendwie, weiß ich nicht, um neun oder was oder noch halb zehn, glaube ich, war ich da. Und wie immer beim Barcamp in Kiel gibt es erstmal lecker Frühstück. Das ist ganz, ganz großartig, da auch sehr reichhaltig, kann man sich erstmal schön durchschlemmen. Und um zehn war dann, glaube ich, die Vorstellungsrunde, die sie zum Glück verkürzt hatten. Denn das war eine Kritik aus einem der Anfangsjahre, dass es einfach viel, 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 viel zu lange gedauert hat, bis jeder, der damals 150 Teilnehmer seinen Namen und drei Hashtags genannt hatte, die zu ihm passen. Und dann möglicherweise eben auch noch eine Session gepitcht hat, also einen Vorschlag gemacht hat, was für einen Vortrag er erhalten will, um abzufragen, wie viele Leute daran Interesse haben, damit man weiß, welchen Raum dieser Mensch braucht. Und das haben sie jetzt also so gemacht, dass sie gesagt haben, ihr stellt euch selber vor, guckt euch ein bisschen um, wer steht um euch rum, den ihr noch nie gesehen habt, dann geht auf diese Person zu und stellt euch vor, erzählt ein bisschen über euch, tauscht euch aus. Ungefähr so fünf Minuten. Es waren auch immer total nette Gespräche, die ich an beiden Tagen da hatte. Mit dem einen, der organisiert das Barcamp in Lübeck, das ist am ersten Adventswochenende, Freitag und Samstag. Und am zweiten Tag, also den Namen habe ich sowieso sofort wieder vergessen, die andere, die ist Coach für systemisches Coaching. Also die berät Firmen und Unternehmen darin, was bei denen so vom System her falsch läuft, in Anführungszeichen, wo Prozesse verbessert werden können, auch in der Kommunikation miteinander. Ja, und danach gehen dann Leute nach vorne, die ein Angebot haben für den Tag, die was vorstellen möchten und sagen, beschreiben halt kurz, was sie machen wollen und fragen dann, wer hat daran Interesse. Dann gehen entsprechend viele Hände hoch und Leute sagen, okay, da habe ich Bock drauf, würde ich mir angucken, wenn ich die Zeit dafür finde, je nachdem, wann es auch immer ist. Und dann siehst du halt, brauchst du einen großen, einen kleinen oder einen mittleren Raum. Und das hat alles ganz gut funktioniert. So die einzelnen Sessions, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das alles aufzählen muss. Ich kriege das auch gar nicht mehr auseinanderdividiert, an welchem Tag ich was gesehen habe. Es war mal wieder eine sehr angenehme Atmosphäre. Es ist ein Barcamp und das ist, finde ich auch einfach mal wichtig zu sagen, es ist eine Veranstaltung mit Online-Bezug, wo wirklich Leute hinkommen, die ein bisschen was drauf haben. Also zum Beispiel das Digitalisierungsministerium, also die IT-Abteilung der Landesverwaltung, die waren in unglaublicher Menge da. Es waren natürlich auch Sponsor, das Land Schleswig-Holstein hat auch Geld dazugegeben und die haben halt, ich weiß nicht, fünf oder sechs Sessions gehalten zu ganz vielen Sachen, die sie gerade tun. Also zum Beispiel gibt es ein Transparenzportal des Landes, das jetzt gerade aufgebaut wird, weil der Landtag das eben beschlossen hat, dass es so ein Portal braucht. Und da stellt sich dann jemand hin und sagt so, ich bin einer der Entwickler und ich wollte euch mal vorstellen, was wir jetzt schon haben und wo die Reise noch hingehen könnte. Und ich wollte eben auch eure Impulse mal hören, was ihr euch noch wünscht von so einem Portal. Denn es ist ja für die Öffentlichkeit, für die Leute, die im Netz unterwegs sind oder die mit dem Internet arbeiten, was braucht ihr denn, damit ihr mit diesen Sachen, die wir da online stellen, weiterarbeiten könnt? Oder was vergessen wir, was wir noch einbauen sollten? Das fand ich ganz großartig. Also das hat tatsächlich, da habe ich gedacht, Mensch, guck mal, es geht ja auch. So eine Geschichten fand ich total gut. Und wie gesagt, eine komplett kostenlose Veranstaltung. Es gab dann irgendwie, es gab die ganze Zeit Freigetränke. Es gab die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, es gab drei Mahlzeiten pro Tag, die auch wirklich gut waren. Also es gab ein super Frühstück, Mittagessen, ganz fantastisch. Am ersten Tag, was gab es denn da? War das, ich glaube, es gab Fisch mit Spinat und Kartoffeln. Oder war das das Kartoffelgratin? Ach, ich weiß es. Es war auf jeden Fall sehr, sehr lecker an beiden Tagen. War am Samstag nicht ganz lange da, weil ich dann auch ziemlich, ziemlich durch war und wir noch irgendwas hatten. Ach genau, ich sollte noch nach Flensburg zu einem Geburtstag. Und da musste ich erst mal nach Husum fahren, weil, also ich habe die Abkürzung über Husum genommen, weil es nämlich so war, dass ich von dieser Geburtstagsparty dann nach 18 Uhr am Samstag nicht mehr nach Husum zurückgekommen wäre, ohne dass ich jetzt zwei Stunden, zweieinhalb Stunden im Zug sitze. Und da hatte ich nun keine Lust mehr drauf. Insofern habe ich mir das Auto geholt und habe dann noch ein bisschen auch gedacht, Mensch, verbringst du ein bisschen Zeit mit der Familie, mit Frau und Hund. Das ist ja auch immer ganz schön, wenn man dafür noch ein bisschen Zeit findet, ab und zu. Sonntag hatte ich dann nicht produziert mit Jörn Schaas für einen Podcast, weil ich gesagt habe, wir haben schon Besuch von Marco vom Camping Caravan Podcast. Da haben wir eine sehr lange Folge aufgenommen, zweieinhalb Stunden, ein bisschen mehr sogar. Und nachmittags kam auch noch Trubi vorbei. Wir waren zwar erst für Montag verabredet, aber der hat sich gesagt, Mensch, ich komme einen Tag früher und dann haben wir noch ein bisschen Zeit zusammen. Wir hatten sowieso vor, zwei Folgen aufzunehmen. Dann war so die Überlegung, dass wir eine am Sonntag, eine am Montag vielleicht machen. Aber ich habe auch gesagt, ich bin jetzt so durch nach den zweieinhalb Stunden Camping Caravan Podcast. Das lassen wir mal besser. Und das war an dem Tag dann auch ganz gut. Am Montag war es dann wieder anders. Habe ich gedacht, hätten wir besser mal gestern schon angefangen. Weil nämlich am Montag, da war wirklich der Produktionsmarathon. Am Montag, den zwölften, haben wir also zwei Folgen What's in Your Pants aufgenommen und abends noch eine Folge Nord-Süd-Gefälle. Also ich habe das ja schon mal gesagt, mit den vielen Projekten, die ich habe, da gibt es halt so Wochen, in denen mal alle Produktionen dran sind, die ich so habe. Und was jetzt halt neu ist, es waren fast alle, es waren drei von fünf Produktionen terminiert in zwei Tagen. So, gut, warum nicht? Kann man ja mal haben. Also das läuft jetzt. Wir haben auch die Folgen schon soweit fertig. Das Nord-Süd-Gefälle ist auch schon veröffentlicht. Und von What's in Your Pants sind beide Folgen schon geschnitten. Die eine erscheint am 20. Da geht es so ein bisschen um den, ja, um die Kritik, die uns erreicht hat an Folge 50. Da haben wir gesagt, da müssen wir jetzt mal explizit drauf eingehen. Und haben gesagt, wir machen dann eine Folge, die sich nur damit befasst. Und weil wir gesagt haben, es wäre ein bisschen schade, wenn das die einzige Folge in dem Monat wäre, haben wir das, was wir eigentlich für August geplant haben, das veröffentlichen wir dann am 27., also eine Woche später. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Camping Caravan Podcast ist auch schon raus. Also das läuft wie geschnitten Brot bei uns, muss man fairerweise sagen. Jetzt habe ich zum Glück aber auch mit dem Camping Caravan Podcast mit dem Schnitt nicht allzu viel zu tun. Ich hatte das so ein bisschen, ach, das ist auch so eine Geschichte, oh, hör auf. Also ich hatte das so ein bisschen vorbearbeitet, diese ganze Story. War so, wir sitzen immer entweder bei Marco oder bei mir und nehmen diesen Podcast auf. Und eigentlich machen wir es so, ich habe das eigentlich immer auf meinem H6. Ich wandle das nur um in Flak-Dateien, damit die Dateigröße ein bisschen zusammenschrumpft und schiebe das Marco rüber. Der kümmert sich um den Schnitt, habe ich nichts weiter mit zu tun. Und jetzt war es aber bei dieser Episode so, dass ich mir ein Hüsterchen aufgesagt habe. Das heißt, ich hatte immer mal wieder zwischendurch so einen Hustenanfall, wo ich einfach mal eine halbe Minute, eine Minute brauchte, um mich einigermaßen wieder zu beruhigen. Das hört man an ein paar Stellen auch. Da klinge ich dann noch so ein bisschen angestrengt von Stimme her. Und das habe ich halt schon mal rausgeschnitten und vorbereitet, dass Marco da nicht allzu viel Aufwand mit hat. Es gibt noch so ein, zwei Stellen, die ich übersehen habe. Und damit ich das eben ein bisschen zügiger von der Hand kriege, habe ich die Abspielgeschwindigkeit in Ultraschall auf anderthalbfach gestellt. Und was ich aber nicht wusste, ist, wenn man dann auf Dateirendern geht, dann behält er diese Abspielgeschwindigkeit bei. Was auch, also ist in meinen Augen ein riesiges Problem, sollte eigentlich, also mir fällt überhaupt kein Anwendungsfall ein, in dem das vielleicht sinnvoll sein könnte. Ist totaler Unsinn. Habe ich aber nicht gemerkt, wusste ich nicht, habe mich noch, und dann beim Später, beim Hören, habe ich so gesagt, Mensch Marco, irgendwie klingt die Folge komisch. Wir klingen so, so blechern. Ja, stellt sich raus, das lag an mir. Ich habe einfach diese Sache mit der Abspielgeschwindigkeit nicht gewusst. Und ich habe es tatsächlich bemerkt bei What's in Your Pants. Und da war es nämlich auch so, dass ich, und das war tatsächlich auch nur Zufall, die Kritikfolge habe ich so geschnitten und online gestellt. Und bei der regulären Folge, also wir machen es ja meistens so, dass wir dann noch so eine kleine Intro-Bastelei machen. Dass wir halt so Highlight-Geschichten vorne ans Intro ranbauen, wie so eine kleine Collage aus Highlights. Und da ist mir das aufgefallen, dass ich dachte so, hä? Also ich habe das, ich mache das dann halt immer in der, ich mache es so, dass ich die Folge schneide und mir da schon die Stellen raussuche, die cool sind. Und dass ich die dann mir zurechtlege und nachdem die Folge durch Auphonic gelaufen ist, baue ich die anderen Dinger ein. Nein, das hängt damit zusammen, dass andernfalls die Intro-Spur zweimal durch Auphonic laufen würde. Und das klingt irgendwie doof. So, also diese Musik. So, und da habe ich dann zufällig gehört, Mensch Kacke, das klingt ja überhaupt gar nicht. Und habe dann daraus die Folgen nochmal geschnitten, beide, weil ich natürlich das ganze Rohmaterial auch schon weggeschmissen hatte. Und das Einzige, was ich noch aufgehoben habe, das waren die, die Dinge, die ich, also das, was ich rausexportiert habe. Das war, also, ja, war ein bisschen stressiger, als notwendig gewesen wäre. Aber hey, ja, also da habe ich wieder was gelernt mit Ultraschall. Da gibt es einen Knopf, den das Ultraschall-Team zu der Software Reaper hinzugefügt hat, wo diese Einstellung aufgehoben wird. Und dann wird erst der Render-Dialog gestartet. Das muss man halt wissen. Und ich bin gerade ja noch immer dabei, mich in diese Software einzuarbeiten. Also wusste ich es nicht. Und es war super, dann bei Twitter haben ganz viele Leute gesagt, ja, da kannst du mit Afonik ja sprechen. Die erstatten dir dann das Guthaben. Aber will ich überhaupt gar nicht. Also es war so, dass ich jetzt halt die Zeit doppelt bei Afonik abrechnen musste. Will ich aber an der Stelle überhaupt gar nicht, weil es ja mein Fehler war. Es ist ja nicht so, dass bei Afonik irgendwas schiefgelaufen wäre, dass da irgendwas rausgekommen wäre, mit dem ich nicht leben könnte. Nein, nein. Also die haben alles richtig gemacht. Nur das Material, was ich angeliefert habe, war schon schlecht. Und dann wird es halt, das ist dann auch nicht erstattungsfähig in meinen Augen. Also ich sehe da keinen Grund für eine Reklamation. Deswegen habe ich das sein gelassen. Ja, dann noch so eine Kleinigkeit, die ich mit mir, die ich unbedingt mit euch teilen wollte. Einfach, weil ich damals schon die Anschaffung im Podcast hatte. Und zwar in Folge 73. Also in grauer Vorzeit habe ich erzählt über eine kleine Bluetooth-Box, die ich mir angeschafft habe, um Podcast zum Einschlafen hören zu können. Und auch alles andere. Also das fand ich total großartig. Die hat so einen kleinen Akku. Kann ich so ungefähr Handtaschenformat, kann ich mit mir durch die Gegend tragen. Und da habe ich dann auch viel einfach in der Küche, habe ich dann Podcast gehört oder eben beim Einschlafen. Oder bei allem Möglichen, wo ich im Haus unterwegs war und wo der Kopfhörer mich nur gestörte. Das war auch lange, bevor ich Bluetooth-Kopfhörer hatte. Ja, und diese Box, die ist jetzt kurz vor dem Exitus. Der Akku ist inzwischen so weit runter, er funktioniert gar nicht mehr ohne konstante Stromversorgung. Das heißt also, dieses Mobilsein mit dem Ding ist vorbei. Und schon seit einer ganzen Weile stelle ich fest, dass einfach die Lautstärke nachgelassen hat. Total beeindruckend. Und irgendwann hatte ich den mal mit bei einem Podcast-Seminar im offenen Kanal und wollte da was vorspielen. Und da dachte ich so, da kommt ja gar nichts mehr raus. Ich wollte was vorspielen und die Leute im Seminar so, äh, was? Mussten ganz leise sein, haben immer noch nichts gehört. Und das war schon alles auf voller Lautstärke. Und jetzt ist halt, wie gesagt, auch noch die Geschichte mit dem Akku. Also es reicht noch für im Schlafzimmer zum Einschlafen. Ähm, da ist es noch okay. Aber für alles andere, ähm, ist er halt nicht mehr zu gebrauchen. Und ich erinnere mich, dass wir, als ich den noch einigermaßen neu hatte, ähm, haben wir mal bei einem Krippenspiel, äh, der Herzdame, äh, damit eine ganze Kirche beschallt. Und haben also in der, in der Kirche, ich hatte da, sollte da so zwei, drei Einspieler machen. Und das habe ich halt mit dem Ding gemacht. Ähm, und das war problemlos. Konnte man das bis in den letzten Rang sozusagen hören. Aber gut, äh, da muss ich mir jetzt überlegen, ob ich da was Neues haben möchte. Eigentlich brauche ich die nur im Schlafzimmer inzwischen, ähm, neben dem Bett. Und von daher, denke ich mal, bleibt es jetzt dabei. Mal gucken, wie lange sie dann noch durchhält. Ähm, ja, aber das, falls ihr überlegt, nochmal, also falls ihr beim Durchhören von Jörn Schaas vor einem Podcast von Episode 1 bis heute, äh, an dieser Box vorbeikommt und überlegt, na, will ich sie vielleicht kaufen? Ähm, dann lasst euch gesagt sein, dass innerhalb weniger Jahre das ganze Ding, ähm, dann, äh, droht zu einem Haufen Elektroschrott zu werden. Und jetzt vergangenen Mittwoch war ich dann wieder in Kiel, äh, da war nämlich die Einschulungsfeier von meinem Neffen. Das war ganz, ganz aufregend. Ich bin ja, äh, ein zweifacher Patenonkel. Und, äh, der eine Bursche, der ist jetzt dann tatsächlich, äh, so weit, dass er schon in die Schule kann. Und, äh, da war ich natürlich dabei. Ging los morgens mit dem Gottesdienst, äh, auch direkt bei ihm um die Ecke. Ähm, völlig unproblematisch, gibt's auch nicht viel zu sagen. Finde ich. Ähm, und dann sind wir rübergegangen zur Schule, alle miteinander, die gesamte Gesellschaft. Äh, und dann gab's dann noch mal so eine Kleinigkeit in der, in der Aula. Ähm, und ich weiß gar nicht, wieso ich mir das aufgeschrieben hab, wieso ich euch das erzählen wollte. Es gab einen Grund, mir ist irgendwas aufgefallen, was ich unbedingt loswerden wollte. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Aber, äh, also war halt auch einfach super schön, so, ähm, mit den ganzen anderen Familien, äh, da die Kinder zu sehen, wie aufgeregt die alle sind. Und, äh, dann, und proppenstolz natürlich mit den Schultüten und, äh, mit dem, mit den Schulranzen und so, äh, sind sie dann los in die, in die Klassen. Und, äh, und für die Eltern gab's dann noch irgendwie ein Stück Kuchen, das hab ich mir gekniffen, bin rechtzeitig abgehauen und, äh, war dann noch in der Stadt. Ich brauchte noch ein bisschen Kram für mein neues Bastelprojekt. Es ist nämlich so, ich bin, äh, an einen gebrauchten Computer rangekommen. Ähm, und darüber müssen wir reden. Dieser Computer ist, äh, relativ neuwertig, so würde ich mal sagen, wenige Jahre alt. Ähm, ich hab ja schon seit, irgendwie seit den 90ern nicht mehr an Computern rumgeschraubt. Wenn du heute ein Desktop-Gehäuse aufmachst, ist ja nix mehr drin. Was machen die denn mit dem ganzen Platz? Ich hab das, früher hab ich diese kleinen, äh, Mini-Tower, äh, von Desktop-Computern immer als wahnsinnig eng empfunden, weil du halt so auf dem Mainboard und den ganzen Karten, die man da hatte damals, für Grafik und Sound und weiß der Schinder was noch alles, äh, das hat ja unglaublichen Platz weggenommen. Auch die Festplatten waren ja viel größer, ich bin ganz überrascht. Ähm, und, äh, das Ding hab ich aufgeschraubt und es hieß also, okay, du kannst den haben, aber bitte sorg dafür, dass, äh, die, der Inhalt der Festplatte datensicher, äh, dass das wirklich sicher formatiert und platt gemacht wird. So, das war die Anforderung, hab ich gesagt, ja, kein Problem, krieg ich hin. Ähm, was mir aber nicht gesagt werden konnte, war, also irgendwelche Art von Zugangsdaten zu dem Windows, das da drauf ist, das wusste keiner mehr. Ähm, und jetzt hab ich gedacht, okay, bist du schlau und machst dir ein, baust erstmal eine neue Festplatte ein, SSD hatte ich, die liegt hier schon eine ganze Weile, ähm, die wollte ich da einbauen und dann so ein Windows-Start-Medium machen, da hat mich dann bei Twitter zum Glück jemand informiert, wie das geht oder wo ich da eine Anleitung finde und hab gedacht, okay, dann starte ich also von dem USB-Stick, äh, formatiere die Festplatte, spiele da ein Windows drauf, hab ich ja auf meinem Notebook, das sowieso auch langsam mal in die Jahre kommt, das ist ja so gemacht, das ist kostenlose Windows 10, kann man dann den Lizenzschlüssel rausfinden und dann kann man das auf einem anderen Rechner problemlos installieren. Das wollte ich machen, um dann die alte Festplatte wieder einzubauen als Sekundär-Drive sozusagen und von da aus dann von der SSD aus die Formatierung zu starten. Das war mein Plan. Dann geht's schon damit los, dass auf dem Mainboard gar kein weiterer Anschluss mehr ist, um noch eine SATA-3-Festplatte anzuschließen, sondern da sind nur zwei, eine für Festplatte, eine für den CD-Brenner, für das optische Laufwerk. Dann hab ich gesagt, ja gut, okay, dann machen wir es halt so, ähm, optisches Laufwerk braucht sowieso kein Mensch mehr, äh, wenn ich dann erstmal mit allem fertig bin, dann, äh, baue ich die, die Festplatte, die alte, als, äh, Sekundär-Laufwerk da in den ganz normalen Schacht ein und dann ist halt das, ähm, kann man halt den, das optische Laufwerk nicht benutzen, ist dann halt so. So, so, okay, damit war ich einigermaßen durch. Dann hab ich angefangen, mir dieses Installationsmedium machen zu wollen und das ist andauernd fehlgeschlagen. Und ich weiß nicht, warum. Also das sagt mir auch Windows nicht. Da steht dann, das Medium konnte aus irgendeinem Grund nicht erstellt werden. So, ja, vielen Dank fürs Gespräch. Gut. Dann hab ich gedacht, na gut, in Ordnung, dann machen wir anders. Dann klone ich einfach mein Notebook, die, die Festplatte von, von meinem Notebook, auf die SSD und baue die ein und dann hab ich halt einfach das, alles, was ich auf dem Notebook hab und muss da nicht irgendwie rummigrieren. Das ist doch auch total schlau. Stellt sich raus, ähm, eine nicht formatierte Festplatte wird auch mit USB-Adapter nicht erkannt. Und jetzt stehe ich also vor dem, vor dem Problem, dass ich, ähm, nicht in das alte Windows reinkomme und ein neues nicht draufspielen kann. Wenn da noch jemand eine Idee hat, da wäre ich doch sehr dankbar. So, das war mein Technikproblem des Tages, der Woche, um genau zu sein. Ähm, ja, dann war ich ganz kurz unterwegs mit dem Husumer Stadtbus. Ich bin ja, äh, ich bin ja Fan. Ich hatte es ja schon mehrfach erwähnt, wir haben ein neues Stadtbussystem hier in Husum. Ähm, die Stadt hat sich da richtig ins Zeug gelegt und eine mehr als 100-prozentige Verbesserung des Angebots hinbekommen, ähm, das einfach super, super schick ist. Auf einmal hier mitten in der Provinz halbstündiger Bustakt. Wow! So, das ist ja schon mal gut. Ähm, und dann als ein, ein, ein Sternensystem von, von Linien. Also alle Busse treffen sich immer, äh, zu einem definierten Zeitpunkt am Zopp in der Stadtmitte und dann kann man halt umsteigen. Das heißt, wenn ich jetzt von hier ins Gewerbe geht möchte, das habe ich noch nicht gemacht, ähm, dann müsste ich also am Zopp einmal umsteigen. So wie bisher auch. So, wollen wir ehrlich sein. Meine erste Tour war jetzt mehr durch Zufall. Ich habe einfach gesagt, zum Beispiel müsste der Bus nicht gleich kommen, stehe an der Haltestelle, tada, kam ein Bus. Und dann bin ich innerhalb von fünf Minuten zum Bahnhof gefahren. Und war dann halt irgendwie nicht 20 Minuten früher da wie sonst, sondern halt 25 Minuten früher. Ähm, was meinen inneren Monk sehr freute, aber was mir im Prinzip nichts gebracht hat. Aber diese fünf Minuten, die fand ich total gut. Denn die Busse riechen noch total neu, was kein Wunder ist, denn sie sind noch total neu. Äh, die WLAN-Verbindung ist echt stabil und funktioniert super. Ähm, und gar keinen schlechten Upload- und Downloadraten. Also, ähm, wenn ich einen Podcast hochladen möchte, dann mache ich das demnächst im Bus. Ähm, ach nee, geht nicht. Mein Notebook-Akku ist ja so im Arsch. Und der ist halt auch pünktlich. So, das ist ja auch die Entscheidung, äh, die entscheidende Sache. Äh, man kann auch einfach sich darauf verlassen, oder in diesem einen Fall konnte man, konnte ich mich darauf verlassen, dass der Bus tatsächlich auch zu der, äh, angegebenen Zeit an der Haltestelle war. Was jetzt noch fehlt, ist, äh, dass die Buslinien auch im, in der Nahverkehrs-App irgendwie mal auftauchen. Denn, äh, was ich früher, ähm, nachgucken konnte, war, so, wann fährt denn der Bus? Und Echtzeitdaten gab's, äh, auch schon vorher. Äh, wie viel zu spät ist er denn? So, das geht jetzt noch nicht. Das weiß ich auch noch nicht genau, wie da der, der Stand ist. Ja, also das, das fehlt jetzt noch. Ähm, und, äh, was, äh, natürlich bei mir auch noch fehlt, ist, äh, ich muss halt auch mal weiterfahren damit. Ich muss mal ins Gewerbegebiet fahren zum Einkaufen und muss das mal ausprobieren. Ähm, ich wollte tatsächlich jetzt am Wochenende schon mal los und das, das mal checken. Hat aber nicht geklappt, weil ich vergessen habe, auf die Betriebszeiten zu gucken. Und da ist dann halt am Wochenende, naja, sind die nicht ganz so lang. Ähm, gut, es ist, wie es ist. Und, äh, fällt mir noch ein, diese Woche war ja auch noch ein Goodie. In Husum sind ja Hafentage und anlässlich derer hat sich die Stadtverwaltung gedacht, wir müssen sowieso noch ein bisschen Werbung machen für unsere Busse, damit die halt auch genutzt werden. Und das ist ein echtes Problem. Ich hab echt so ein bisschen Angst. Äh, manchmal, also als ich mitgefahren bin, waren außer mir noch fünf andere in dem Riesenlinienbus. Und das ist halt, also, manchmal, wenn ich die an mir vorbeifahren sehe, dann sind da auch mal zwei oder gar keine Leute drin. Und das wäre natürlich fatal, wenn dieses coole Angebot, was jetzt einfach mal da ist, und wenn das einfach nicht genutzt würde, dann sagt nämlich vielleicht das Stadtverordnetenkollegium, joach, gut, können wir, also gibt so ein bisschen Sparpotenzial. Das altbekannte Henne-Ei-Problem, ne? Also das hoffe ich jetzt einfach mal, dass sie das Durchhaltevermögen haben und das noch ein bisschen laufen lassen. So, ähm, und genau, Hafentage. Deswegen war der Busverkehr nämlich kostenlos für diese Woche. Was mich noch mehr geärgert hat, dass ich so viel arbeiten musste. Ich hatte gar keine Zeit, den kostenlosen Busverkehr auszuprobieren. Ich finde, ich hätte 1,50 Euro pro Fahrt sparen können. Oh mein Gott. Naja, okay. Hafentage. Hafentage. Top Stichwort. Muss ich auch noch erzählen. Heute war das, also heute Sonntag, 18. August 2019. War der, war ein echt krasser Tag für mich und Jörn Schaas feine Studiotechnik. Denn bei den Hafentagen, am Sonntag der Hafentage, findet seit mehreren Jahren das Tauziehen über das Hafenbecken statt. Husum liegt ja am Meer, wie manche von euch möglicherweise wissen. Und Husum hat auch einen Hafen. Es gibt einen Außenhafen. Da liegen die ganzen Fischkutter. Und es gibt einen Binnenhafen. Das ist das gleiche Hafenbecken, getrennt durch eine Klappbrücke. Naja, wobei so richtig getrennt ist es nicht. Man kann halt nicht ganz so leicht durchfahren, wenn die Klappbrücke unten ist. Es sei denn, man hat ein sehr, sehr flaches Boot. Und im Binnenhafen, da ist halt ein Restaurantschiff und ein paar private Schiffchen liegen da an so einem Liegeplatz. Das ist jetzt nichts, das ist jetzt kein Hafenbetrieb im eigentlichen Sinn. Und bei diesem Außenhafenbecken wird also ein Tau rübergezogen mit einem Boot. Das wird von der einen auf die andere Seite gebracht. Da sind dann so Bereiche abgesperrt auf beiden Seiten mit so einem Demogitter, dass man da nicht durchkommt, dass eben nur die Sportler da sind. Und dann geht das über eine Distanz von 85 Metern einmal rüber. Und die müssen also versuchen, eine definierte Strecke zu ziehen. Es geht nicht darum, die gegnerische Mannschaft ins Wasser zu befördern. Das machen die dann nachher von ganz alleine. Wer verloren hat, das gehört so ein bisschen zur Hafen-Tauzi-Tradition, dann springen die rein. So, das ist die Veranstaltung. Da ist dann auch Bühnenmoderation und Halligalli. Und also ich würde mal sagen, es waren ungefähr 1000 Leute da, die sich bei leichtem Niesel das Spektakel angeguckt haben. Zehn Mannschaften sind gegeneinander angetreten. Drei Frauenteams und drei reine Männerteams. Und gleichzeitig fand am Binnenhafen auf einer anderen Bühne der Pladütsche Gottesdienst statt. Und jetzt kommt's. Ich war beim Außenhafen, beim Tauziehen und habe mich als Live-Reporter immer wieder in den Gottesdienst geschaltet. Das war die Idee der Pastorin, dass wir sowas ja mal machen könnten. Geht sowas eigentlich? Ja, und wenn man bekloppt genug ist und genug Gedöns rumliegen hat, dann geht das natürlich. Also was ich gemacht habe, war, ich habe mein Notebook und mein Audio-Interface und Strom und Kabel und Mikrofone und Kopfhörer alles eingepackt in einen Handwagen, der zum Glück einen Deckel hatte. Also kein Bollerwagen im eigentlichen Sinn, sondern so ein Ding, das kann man auch gut hinten ans Fahrrad ranhängen und kann das vielleicht irgendwie zum Zeitung austragen oder sowas nehmen. So, und da kam das alles rein, den Gigacube natürlich nicht vergessen und haben dann da einfach mit Studiolink von A nach B eine Verbindung aufgemacht. Und das war ganz, ganz aufregend. Ich hatte mir ja ein Atmo-Mikrofon gekauft. Ihr habt das hier schon mal im Einsatz gehört in Jörn Schaas vor einem Podcast, weil das natürlich zum Ausprobieren hier in meinem Podcast-Zimmer stand. Und da muss ich übrigens nochmal mit Thoman sprechen, denn das bringt doch enormes Rauschen mit. Das war nicht so cool vom Klang her, hat man aber jetzt heute überhaupt nicht gemerkt, weil da so ein Radau war, dass es einfach nicht aufgefallen ist. So, und dann habe ich also dieses Ding hingestellt, das Atmo-Mikrofon, habe dann da leider ein bisschen zu wenig Kabel gezogen. Das war im Nachhinein, hätte ich das umbauen können, das wäre ein bisschen schlauer gewesen. Denn ich habe noch so, ja doch, Kabeltrommeln mit, ich glaube, 20 Meter XLR-Kabel, also Mikrofonkabel und nochmal gefühlte 30 für Kopfhörer. Und ich hatte mir das so überlegt, wir bauen also, wir haben von der Stromversorgung zu diesem Handkarren, der unsere Basis ist, habe ich nur Strom. Und da ist eben Notebook und Audio-Interface. Und wir würden dann also in die eine Richtung verteilen zum Atmo-Mikrofon und wir beide Reporter, also da war noch ein befreundeter Pastor mit dabei, würden dann ein paar Meter weiter irgendwo stehen mit dem Kopfhörer-Verteiler und unserem Mikro und nach Möglichkeit ein bisschen Übersicht. Und das ging nun nicht, das war das Einzige, was ich nicht getestet habe, das mich so aufgeregt hat. Ich hatte dann noch zusätzlich ein Verlängerungskabel, also ich brauchte ja zwei Kopfhörer, habe ich überlegt. Und dementsprechend, also das Kopfhörerkabel, hatte ich gesagt, habe ich dabei, gar keine Schwierigkeit. Aber für zwei Kopfhörer brauche ich ja den Kopfhörer-Verteiler. Und was braucht die dumme Sau? Strom. Ich habe mich schon mehrfach darüber aufgeregt, dass ich einen Kopfhörer-Verstärker gekauft habe, der Strom braucht und kann nicht mit Batterie funktionieren. Oder wenigstens irgendwie so eine Kabelpeitsche, so einen Y-Stecker, hatte ich nicht. Also gut. Und da habe ich dann gedacht, okay, nimmst du ein Verlängerungskabel mit von zu Hause, gar kein Problem. Steckst das in den Verteiler, in dem Handwagen, in dem Hand-Ü-Wagen, so habe ich ihn dann genannt. Und dann können wir uns ja ein paar Meter von dem Wagen wegbewegen. Und was ich nicht getestet habe, was mich super genervt hat, der Stecker, das Netzteil von dem Kopfhörer-Verstärker, das hat nun nicht in die Verlängerungsschnur reingepasst, weil da die Steckdose drin zu tief ist. Und ich weiß genau, wenn ich die andere Verlängerungsschnur mitgenommen hätte, die hier auch liegt, wäre es kein Problem gewesen. Habe ich aber nicht. Schade. Naja, es ist wie es ist. Fällt mir gerade ein, dass ich noch... Ja, natürlich. Ich habe im Schuppen noch eine andere Verlängerungsschnur, die besser gepasst hätte. Und ich habe hier im Studio auch noch in einer der Kisten noch zwei andere Fünf-Meter-Verlängerungen. Da hätte ich mir sogar noch eine zusätzliche Verteilerdose im Hand-Ü-Wagen sparen können. Naja, wenn man mal nachdenkt ab und zu. Kaum macht man es richtig, funktioniert es ja meistens. Naja, gut. Also fürs nächste Mal ist da noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Das Hauptding ist natürlich der Standort, wo wir uns dann befinden. Das müssen wir also irgendwie hinkriegen, dass wir einfach mehr Übersicht haben und dass wir nicht direkt vor der Beschallung stehen müssen. Das ging jetzt nun nicht anders. Das war standortmäßig nicht anders zu lösen. Hing auch so ein bisschen eben, wie gesagt, an der Länge des Kabels zum Atmo-Mikrofon. In der Rückschau hätte ich auch einfach sagen können, ich nehme die 20 Meter XLR-Kabel, die ich ja hatte, und lege das irgendwie anders zusammen und mache das irgendwie schlauer. Aber, ja, gut, bin ich nicht drauf gekommen. War auch alles ganz schön aufregend, wollen wir ehrlich sein. Also ich habe ganz schön geschwitzt bei der Geschichte. So vom Durchtesten und so vom, ich habe mir so einen kleinen Schaltplan aufgezeichnet, was muss ich wie verkabeln und welche Sachen brauche ich dafür. Da war alles, sah alles ganz logisch aus. Hat auch genau so funktioniert, wie gesagt, bis auf den Fehler mit dem Kopfhörerkabel. Aber das, ja, der Standort war dann halt dadurch eingeschränkt. So, das war ein bisschen schade. Und auch das Atmo-Mikrofon stand in unmittelbarer Nähe zu einem Lautsprecher. Das heißt, es hat weniger Publikum beziehungsweise Athleten eingefangen als die Bühnenmoderation von den Schreihelsen, die da auf diesem Trailer standen. Also da müssen wir, muss ich nächstes Mal bei mir da irgendwas Schlaueres einfallen lassen. Vielleicht sogar eine Funkstreckenlösung. Gibt es ja auch Möglichkeiten, die Sennheiser da im Portfolio hat. Müsste ich mir mal angucken. Denn ich möchte eigentlich, also A, möchte ich nächstes Jahr auf der anderen Seite vom Hafenbecken stehen, weil da deutlich weniger los ist. Man kommt von dort nicht ganz so leicht zum restlichen Hafenfest. Da hat man ein bisschen größeren Weg. Aber entsprechend haben wir dann halt auch mehr Platz an der Stelle. Eine Lösung könnte auch eine Arbeitsbühne sein, dass wir ein bisschen uns hochfahren können und ein bisschen mehr Übersicht einfach haben über das ganze Geschehen. Das müsste man sich mal überlegen. Und wir müssen auf jeden Fall nächstes Mal, also wenn wir das nochmal machen, dann brauche ich auch jemanden an der Bühne, der ein bisschen firm ist, was Studio Link und sowas angeht. Und wir müssen es auch da anders verkabeln. Denn wir haben es jetzt so gelöst. Also ich habe mir da tatsächlich zu wenig Gedanken drum gemacht. Es gab dann am Ende auf der Bühne zwei Mikrofone. Eins, das für die Bühnen-PA war, für die Bühnen-Lautsprecher. Und eins, das mit dem Notebook, mit meiner Studio Link-Gegenstelle verkabelt war, mit dem die Pastorin uns ansprechen konnte. Das hat auch alles super funktioniert. Das ist also überhaupt gar nicht die Frage gewesen. Wir hätten es einfach nur insofern anders machen sollen, dass wir vielleicht dieses spezielle Mikrofon vor einen Lautsprecher tun oder einen Lautsprecher in den Weg irgendwie reinspleißen. Denn so haben wir jetzt halt vom Gottesdienst selber so gut wie gar nichts mitbekommen. War auch nicht weiter relevant, denn es gab ja vom Gottesdienst zu uns eigentlich nur die Kopfhörerstrecke. Es war ja da keine Beschallung vom Gottesdienst geplant. Und das war nicht das Problem, aber so für uns einfach, damit wir orientiert sind, wo im Ablauf sind wir denn gerade, wäre das viel, viel schlauer gewesen. Das wäre jetzt also das Nächste, auf das ich achten wollen würde. Und dann, wie gesagt, vielleicht noch eine erfahrene Podcasterin dazusetzen, die sich so ein bisschen mit Studio Link auseinandersetzen kann. Dass wir da eine, ja, also dass es ein bisschen einfacher ist in der Absprache. So habe ich jetzt halt mit jemandem, ich glaube es war der Küster, telefoniert und dem einfach blind Anweisungen gegeben, was er jetzt bei sich wo klicken muss. Wir hatten das vorher mal durchgespielt und geübt. Und das hat aber offenbar nicht gereicht. So, also da müssen wir fürs nächste Mal, wie gesagt, es hat, es hat funktioniert, um Himmels Willen. Es hat alles geklappt, nachdem wir dann endlich die Verbindung hatten, also fünf Minuten, sagen wir Viertelstunde, bevor der Gottesdienst losgehen sollte, ist die Studio Link Verbindung irgendwie unterbrochen worden. Warum auch immer, weiß heute keiner, konnten wir nicht nachvollziehen, auf einmal waren wir weg. Und das war nach unserem Soundcheck und so, war auch noch unkritisch, nur wir konnten die Verbindung nicht wieder aufbauen. Ich weiß nicht warum, es hat, also wir konnten auf beiden Seiten den Testanruf zu diesem Freakshow Jingle machen, es gibt so ein Freakshow Intro, das einfach so durchläuft bei Studio Link, damit man testen kann, ob die Verbindung grundsätzlich funktioniert. Das hat auf beiden Seiten funktioniert, aber einen Anruf, eine Leitung aufzubauen von einem zum anderen, das ging nicht, weil das einfach nicht angezeigt wurde, dass da jemand versucht gerade anzurufen. Das war merkwürdig und wir haben es einfach dann, weiß nicht, ich habe Studio Link nochmal neu gestartet, eher den ganzen Rechner auf der anderen Seite und dann ging es aber auch immer noch nicht. Und auf einmal, wie von Zauberhand, klappt es doch. Keine Ahnung, weswegen. War einfach so. Also hat geklappt, fünf Minuten bevor es losging, wir waren schon dabei auf Plan B umzuschalten, der aussah, einer von uns geht rüber zur Bühne und ist dann da und erzählt über seine Eindrücke, denn zum Glück hatte das diese ganze Veranstaltung Tauziehen schon eine halbe Stunde vorher angefangen. Wir konnten also ein bisschen was mitnehmen und hätten dann also irgendwie, ich hätte dann Zwischenergebnisse per Signal oder Telegram mit denen ausgetauscht. Das wäre so der Plan B gewesen. Aber dazu kam es zum Glück nicht. Hätte mich jetzt natürlich interessiert, also ich habe die Bühne super gehört, in der üblichen Studio Link Qualität, klang richtig gut, keine Aussetzer, tippitop. Nur was mich jetzt noch interessiert hätte, wie es denn auf der anderen Seite war. Ich wäre gerne da gewesen, um das zu hören. Aber alle, die ich getroffen habe auf dem Weg von Bekannten her, die mir entgegenkamen, als ich dann nach der ganzen Geschichte abgebaut habe und nochmal zum Nachgespräch zur Bühne gegangen bin, haben alle gesagt, Mensch, hey, das klang richtig gut. Gut, insofern scheint es geklappt zu haben. Aber wie gesagt, wie immer bei solchen Veranstaltungen hast du halt immer auch Verbesserungspotenzial. Ja, daran werden wir arbeiten. Mal gucken, ob das nächstes Jahr in der Form schon wieder stattfindet oder ob wir da ein Jahr mit aussetzen. Werden wir nachbesprechen müssen. Und das war es dann auch schon für diese Woche. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Und bis dahin oder bis zum nächsten Podcast, je nachdem, was früher passiert, wünsche ich euch eine fantastische Woche. Tschüss, bis bald.